Er hat uns geschrieben, liebe Vereinsfreunde, ich kann dieses Jahr wieder nicht bei euch sein. Warum? Denkt, es ist das Alter. Gertrude und ich wünschen euch einen schönen Urlaub, Roland und Wenz. Beiliegend den Vereinsbetrag von 20 Euro. Das ist der Hauptsache. Das ist der Hauptsache. Theo hat mir geschrieben auf E-Mail, man muss das sehen, wie gerne er Mitglied ist, weil er findet, dass wir als Verein sicherlich nach letztem Jahr uns zeigen, wie wir sind. Er schreibt, es ist ganz einfach mit Berücksichtigung aller Mitglieder, der lockere, dennoch beständige Handhabung, der mit meines Erachtens zwei Grundsatzwerte des Holzschuhvereins, nämlich gute freundschaftliche Verhältnisse untereinander und gute Aufstrahlung des Holzschuhvereins in Kappel-Pasnaum. Dann bleibe ich gerne noch jahrelang Mitglied des Holzschuhvereins. Dann haben wir einen Brief bekommen vom Bürgermeister, den ich ja euch allen auf E-Mail zugeschickt habe, aber ich möchte ihn doch vorlesen. Sehr geehrter Herr Präsident des Holzschuhvereins, liebe Ronny, werte Herr Reimer, herzlichen Dank für eure Anteilnahme am Schicksal der Kappelerinnen und Kappeler. Leider hat uns das Schicksal...